Gestern durchsucht die Polizei dieses Privatgrundstück in Staats, einem Ortsteil von Stendal. Zuvor hatte eine private Initiative mit Suchhunden dort eine verdächtige Stelle ausgemacht. Wir haben einen Hinweis bekommen von einer privaten Initiative und gehen diesen Hinweis nach, weil wir gewohnt sind, allen Hinweisen sehr konsequent nachzugehen. Wir sind hier mit Kräften der Landesbereitschaftspolizei, einer technischen Einsatzeinheit, und Polizeikräften der Polizeiinspektion Halle und suchen hier nach Beweismitteln im vermissten Fall Inga. Würden Sie da konkreter sagen, wonach Sie suchen? Dazu wollen wir nach derzeitigem Stand nichts weiter sagen. An dem Einsatz waren etwa 20 Beamte beteiligt. Bei den Grabungen wurden laut Staatsanwaltschaft einige wenige kleine Knochen gefunden. Mehrere stammen von Tieren. Bei einigen sei nicht sicher, ob sie menschlichen Ursprungs seien, hieß es. Das sollen jetzt Rechtsmediziner klären. Anfang des Jahres hatte eine Ermittlungsgruppe aus Halle die Ermittlungen im Fall übernommen. Sie sichtete alle Akten noch einmal und geht neuen Spuren nach. Inga war am 2. Mai 2015 bei einer Familienfeier im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Urtspringe plötzlich verschwunden. Das Mädchen war damals fünf Jahre alt.